Sag mal, ich kenn dich doch. Ach, und woher? Ja, sicher doch. Du musst der Dorftrottel sein. In jedem Dorf gibt's einen Vollidioten, der einen auf diese Weise begrüßt. No. Da hast du aber einen krassen Spruch abgelassen, Herr Körner. Ja, ist nicht von mir. Ist nicht von mir. Sondern stammt aus dem Film, über den wir heute sprechen werden. Aber erst mal, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid beim Filmmagazin. Schön, dass du da bist, Lukas. Ja, schön, dass du da bist, Martin. Schön, dass wir uns wieder so zusammengefunden haben und diesen Filmpodcast aufnehmen, in dem wir immer einmal die Woche über einen Film oder eine Serie sprechen. Jetzt haben wir eine längere Filmstreak, die wir auch heute fortsetzen werden, weil es ist einfach auch gerade nicht die Serienzeit im Sommer. Die kommt erst wieder. Ich glaube, dann so Ende August geht's schon los, Anfang September. Da kommen wieder die Serien. Da sprechen wir auch wieder mehr über Serien, versprochen. Aber jetzt erst mal Filme. Und ihr, wenn ihr noch zum ersten Mal dabei seid, dann wisst ihr ja, wie das läuft. Ihr könnt uns schreiben und sagen, worüber wir sprechen sollen oder uns einen Vorschlag machen, worüber wir sprechen sollen. Euren Lieblingsfilm beispielsweise oder... Oder ein Naasfilm. Wer weiß. Macht es einfach über, beispielsweise bei Instagram, wenn ihr da aktiv seid. Oder auf YouTube, da gibt es uns ja immer zu sehen. Oder ihr schreibt uns einfach eine Mail. Mail at filmmagazin.org. Und unter filmmagazin.org findet ihr auch eine Kommentarfunktion. Die könnt ihr auch benutzen. Also es gibt diverse Möglichkeiten, diverse Wege, uns zu schreiben und Kontakte in uns zu treten, uns Vorschläge zu machen, worüber wir als nächstes sprechen sollen. Heute erst mal... Nobody ist der Größte. Hm. Woher kommt das denn jetzt her? Tja. Das kommt aus Italien, würde ich sagen. Ach. Ach. Aber wo hast du das denn jetzt hergezogen, Lukas? Was war dein Vorschlag? Tatsächlich... Aus dem Nichts. Tatsächlich habe ich da so eine kleine Leerstelle. Also ich habe bis jetzt mit Terrence Hill echt wenige Filme geguckt. Wenige bis gar keine. Ich bin ehrlich gesagt auch nicht der... Ich bin auch nicht der große Terrence Hill beziehungsweise Bud Spencer und Terrence Hill Film. Das ist ja immer... Das wird ja in Deutschland und vor allem hier am Osten wird das immer zusammen genannt. Es geht ja gar nicht anders. Bud Spencer und Terrence Hill gehören zusammen. Ich glaube, den einzigen Terrence Hill Film, nicht den allereinzigen, aber den, den ich kürzlich gesehen habe, war Mein Name ist Somebody tatsächlich. Ein Film von ihm selbst, wo er nochmal sozusagen für sein... Wo er noch ein bisschen Fanservice macht, würde ich mal sagen. Da hatte hier Premiere bei den Filmnächten am Elbufer ganz großes Ding. Natürlich für Leute, die diese Filme lieben. Terrence Hill ist ja auch Sachse, muss man wissen. Also im Herzen zumindest. Auf jeden Fall, ja. Im Herzen zumindest. Und quasi in Herzenssachse. Wird hier auch immer gern gefeiert auf jeden Fall. Auch bei den Filmnächten hier am Elbufer. wurde er damals sehr gefeiert. Er war auch da, weil er eben, wie gesagt, hier die Premiere gefeiert hat. Und den habe ich zuletzt gesehen. Ich weiß nicht, hast du eine besondere Beziehung? Denn ich habe dann gedacht, okay, dann lass uns doch mal einen gucken, weil ich für einen Reel, wenn ihr das bei Instagram gesehen habt, habe ich eine Filmszene aus einem Bud Spencer-Terrence Hill Film rausgesucht, um zu verdeutlichen, ein etwas Besonderes, was diese Spencer-Hill-Filme haben, nämlich eine spezielle Synchronisation, die mit dem Original oder mit einer richtigen 1-zu-1-Übersetzung oft relativ wenig zu tun hat. So ist es auch bei Nobody is the Größte. Das hat auch Gründe, warum das ist. Da werden wir ja heute sicherlich drüber sprechen. Aber die lebt natürlich mietfrei in den Herzen von vielen Fans dieser Serien. Und deswegen habe ich gedacht, Mensch, dann bin ich über den Film gestolpert. Und dann lass uns den doch gleich als nächstes mal gucken. Was hat sich denn besonders an diesem Film interessiert? Es gibt ja einige Terrence Hill-Filme zur Auswahl. Zufall. War reiner Zufall. Also es gibt keinen besonderen Grund. Es ist kein besonderer Film. Es ist kein besonders herausgehobener Film. Es ist auch kein besonderer Vertreter des Genres Italo-Western. Aber es ist ein Vertreter. Und deswegen können wir die Gelegenheit ja vielleicht auch mal nutzen, gleich mal über Italo-Western zu sprechen. Das bietet sich ja an, auch über Sergio Leone zu sprechen, über Ennio Morricone zu sprechen. Und deswegen, warum nicht? Warum nicht einfach mal einen Spätvertreter des Genres nutzen? Weil es ist ja tatsächlich einer der Späteren dieser Zunft, dieser Italo-Western. 1975. Klingt jetzt eher sehr, sehr alt, aber ist tatsächlich für das Genre ein alter Film für Italo-Western. Deswegen stimmt, das ist nämlich sozusagen auch eine, und das wird so häufig beschrieben, glaube ich, so habe ich zumindest nachgelesen, als auch Art Persiflage und Huldigung des Italo-Westerns. Auch so ein bisschen, ne? Man hat jetzt so ein bisschen, was jetzt ein Deadpool macht, sich über Comic-Verfilmungen lustig machen. Letztendlich halt eine Comic-Verfilmung sein. Das könnte man so sagen, macht Nobody, ist der Größte. Oder halt der, eigentlich der erste Teil. Das ist ein bisschen kompliziert. Es gibt natürlich, mein Name ist Nobody. Das ist eigentlich, wenn man so will, der erste Teil mit Terrence Hill als Nobody. Aber auch nicht so richtig, ne? Aber auch nicht so richtig. Das ist mehr in der deutschen Version. Haben sie das so fortgesetzt, weil es der gleiche Charakter sein soll. Das ist auch im Geiste schon so gedacht gewesen. Aber das ist ja jetzt in der Originalsprache, Italienisch, als auch in der englischen Übersetzung, ist es gar nicht so direkt die Verbindung zu dem, mein Name ist Nobody. Das hat man nur, weil der halt sehr erfolgreich war in Deutschland, hat man natürlich clevere Marketingleute gesagt, ach Mensch, dann ist Terrence Hill, jetzt sehen wir auch wieder ein lustiger Kumpane, der ein paar Sprüche raushaut. Der ist nochmal der Nobody. Aber so richtig auch passt es nicht. Aber es ist vielleicht so eine halbe Fortsetzung oder zumindest ein ähnlicher Charakter, der halt hier so ein bisschen einen Keckenspruch immer auf der Lippe hat und da alles sich nicht so ernst nimmt und deswegen eher man als Spät-Italo-Western das Ganze bezeichnen könnte. Deswegen aus der Perspektive durchaus interessant, auch wenn ich tatsächlich sehr wenig auch mit den Bud Spencer-Terrence Hill-Filmen tatsächlich auch anfangen kann. Ich hab die immer nur auch immer im Fernsehen ab und zu mal gesehen, wenn die irgendwie bei Kabel 1 oder RTL 2 liefen, so immer mit einem halben Auge drauf geguckt. Hat natürlich als Kind so ein bisschen die Action-Szenen so ein bisschen ulkig und lustig. Aber richtig gecatcht hat's mich tatsächlich nie. Ich hab, glaub ich, auch nie einen komplett gesehen oder hab's komplett vergessen. Eins von beiden. So geht's mir ein bisschen. So ein bisschen geht's mir auch so tatsächlich. Ja, aber man hat tatsächlich sofort, also den Vibe, den man natürlich weiß, das sind wirklich auch die Definitionen von Kultfilme. Man kommt ja nicht drumherum. Also man weiß ja ungefähr, was in solchen Filmen passiert, wie die ungefähr aussehen, wie die sich anfühlen. Ähm, diesen Vibe, den kennt man irgendwie tatsächlich. Und der ist ja auch sofort, auch bei Nobody ist der Größte, äh, zu spüren. Da geht's auch, Story-mäßig ist tatsächlich ein bisschen komplizierter, wenn man's richtig ins Detail gehen möchte, glaub ich. Aber wenn man's kurz zusammenfassen möchte, ist so ein bisschen, dass man's mit drei Figuren zu tun hat, wovon natürlich die Hauptperson Terrence Hill selber ist, als Nobody. Oder eben Joe Thangs. Joe Thangs, der so ein bisschen ein Haudegen. Und, ähm, Conman ist so der englische Begriff dafür. Also so ein Gauner, äh, der immer so ein paar Heists plant. Also immer versucht, die Leute übers Ohr zu hauen, ähm, und damit Geld zu verdienen. Und er hat eben noch zwei Leute, ähm, neben sich. Das ist einmal Lucy und Lokomotive Bill, äh, die ihn dabei unterstützen. Und mit Lokomotive Bill hat er auch so ein bisschen, äh, Freund, Feindschaft verbindet ihn so ein bisschen. Die sind auch Konkurrenten, weil beide die gleiche Frau, Lucy, lieben. Und Lucy sich selber zwischen den beiden auch nicht wirklich entscheiden kann, mal den einen, mal den anderen besser findet. Und alle drei planen aber jetzt mehr oder weniger, ähm, eine große, einen großen Raub, äh, oder wollen zumindest ein Kernel, äh, um 300.000 US-Dollar, äh, leichter machen. Ähm, wie genau, das wäre jetzt ein bisschen komplizierter, das, glaube ich, zu erklären, weil es dann auch viel um hin und her und Verwechslungen. Es ist eine Komödie. Es ist eine Komödie, und das durchaus, glaube ich, auch bewusst ein bisschen übertrieben, ähm, so vom Story-Verlauf her, dass es einige Wendungen nimmt. Ähm, aber es ist zumindest ein großer Plan, dann diesen einen Kernel, äh, auszunehmen, den ein bisschen hinters Licht zu führen, damit man an 300.000 US-Dollar, äh, rankommt, den eigentlich auch dem, äh, Native Americans mehr oder weniger auch gehören. Also das spielt auch eine große Rolle. Die denen zustehen eigentlich, ja. Oder zustehen. Da geht's auch viel um Land und Landraub. Ähm, aber im Grunde geht's darum, dass man diesen Kernel ausrauben möchte. Ich fand das spannend, weil das ja auch relativ untypisch ist für den Italo-Western, glaube ich. Ähm, aber die... Ah, ich weiß gar nicht, ob so untypisch. Naja, ähm, die, 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 äh... Nee, ich meinte, ich meinte diese, 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 diese Heiß-Situation, glaube ich. Ach so, ja, gut. Das vielleicht ein bisschen mehr, ja. Ähm, ich, ich finde, also man kann dem, man kann dem ganz gut zuschauen, finde ich. Ne, also wir haben ja auch, äh, das Produktionsländer sind ja Italien, Frankreich und, äh, die BRD. Deswegen kommen auch Schauspielerinnen und Schauspieler aus diesen Ländern natürlich zum, 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 zum Zuge, äh, mit, mit der Dame, die du angesprochen hast, Miu Miu ist eine, war eine sehr, oder ist eine sehr erfolgreiche, äh, zu damaligen Zeit französische Schauspielerin. Wir haben aber auch, äh, in einer Gastrolle am Anfang, äh, um sozusagen unsere Charaktere zu introducen, um vor allem, äh, äh, Joe Thanks zu introducen, haben wir, ähm, haben wir, ähm, eine Rolle des, wie hieß er, Doc Foster, Klaus Kinski tatsächlich, ähm, der relativ schnell sozusagen, über den sich sehr lustig gemacht wird und der dann auch nicht mehr auftritt. Das ist quasi nur so einer, auf dem kurz draufgehauen wird, im Prinzip, äh, oder den, 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 den unserer Hauptcharakter so austrickst, würde ich sagen, und bloßstellt. Ähm, also es ist, äh, es ist, äh, sehr interessant, weil es ist ein europäischer Film einfach. Und, äh, das alles natürlich, das finde ich an Italo-Western sehr spannend, äh, immer in diesem amerikanischen Setting, ne, also dieses, dieses, dieses Western-Setting, sie, 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 es geht ja auch um Amerikaner, sie machen sich aber gleichzeitig auch so ein bisschen über Amerikaner lustig natürlich, ähm, was man im klassischen Western eher wenig sieht, wenig sieht, so. Ähm, du hast es schon angesprochen, ähm, Native Americans kommen am Rande zumindest vor in einer erwartbar, ähm, sag ich mal, erwartbar, ähm, reduzierten Rolle. Reduzierten, abziehbildhaften Darstellungen. Die aber nicht, und das meinte ich vorhin mit, ähm, relativ untypisch für den, für den Italo-Western auch, ähm, die aber nicht, über die sich nicht so schlimm, äh, nicht so lustig gemacht wird, ne, über die nicht, ähm, die nicht verballhornt werden irgendwie. Ähm, es ist eher so ein, wie man es halt aus europäischen, ähm, europäischen, ähm, Western, sag ich mal, kennt, so ein Othering und so ein, ah, guck mal, das ist ja irgendwie, in Anführungsstrichen, exotisch und so, so wird das eher dargestellt. Also auch durchaus problematisch. Total, ja, ja, also nicht, nicht, nicht unproblematisch, das wollte ich damit nicht sagen, aber anders als im klassischen Western auf jeden Fall. Das stimmt, ja. Also zumindest ein paar, äh, vielleicht dann problematische Aspekte sind wahrscheinlich auch dieses Lokomotive Bill, weil das ist immer so ein, äh, Running Gag, dass er, äh, zur Hälfte Native American ist, ähm, seine Mutter, dann, äh, oder glaub ich, ich glaub, es war seine Mutter, die wahrscheinlich Native American war, er weiß es selber nicht so genau, aber es wird immer wieder nachgesagt, du siehst so ein bisschen so aus, und dann gibt's immer ein paar Sprüche so gegen ihn, ähm, ähm, ne, du, du bist immer so pessimistisch, äh, weil das ist deine, deine Rothaut oder, äh, irgendwie wie so schwarz wie deine Füße, äh, so schwarz denkst du auch immer oder so, so ist es so seither Native Americans eben. Also auch so Deutsch, ich meine, das sind jetzt nicht super krass racist Sprüche, aber irgendwie auch schon. Ja, ja, wobei, wobei man echt sagen muss, wobei man auch da echt sagen muss, dass viele von diesen Sprüchen in der deutschen Synchronvariante dazukommen, ne, also die sind, ich will jetzt nicht den, ich will den Urstoff jetzt nicht in Schutz nehmen irgendwie, weil, äh, das ist schon, das ist ja immer, das schwingt ja immer ein Rassismus mit, aber, ähm, viele von diesen, diesen, diesen Sprüchen, die wirklich problematisch sind, die sind, äh, in der deutschen Version drin, ne, teilweise sind auch einfach ja Sachen hinzugefügt, die es ja in der amerikanischen Version gar nicht gibt. Also man hat ganz oft die Situation, ähm, dass man meinetwegen, ähm, bei einer totalen, oder wenn man einen Akteur von hinten sieht oder so, dass da noch deutsche Textzeilen hinzugefügt sind, die, äh, die im amerikanischen gar nicht sind. Also es wird, glaube ich, in der amerikanischen Version, also in der englischen Version die Hälfte gesprochen von dem, was im Deutschen gesprochen wird irgendwie. Es ist sehr interessant und oft, äh, es fällt auch auf tatsächlich, dass sie manchmal vor allem bei, bei, bei Terence Hill, der ja jetzt eher so einen reduzierten Schauspielstil hat, würde ich sagen, ähm, der auch nur den Mund manchmal so, ganz wenig nur aufmacht, so, und der plötzlich im Deutschen dann so eine Line hat, äh, obwohl er im amerikanischen, äh, in der englischen Version nur, ha, macht oder so. Naja, das ist mir auch ein paar Mal aufgefallen, dass die da eindeutig drüber was gelegt haben und es nicht wirklich lippensynchron ist. Äh, das despektive ist schon sehr spannend. Ich würde es überhaupt interessieren, weil an sich ja die Originalsprache ist ja italienisch, so ist es zumindest überangegeben. Und ich, und viele der Schauspieler und auch Leute hinter der Kamera sind ja Italiener. Ähm, aber ich frage mich auch noch, ob die Setsprache und das Drehbuch original auf Italienisch war. Aber ich frage mich dann halt, wie haben die miteinander gesprochen beim Dreh? Also, wie wurde das genau gehört? Es ist ganz komisch, weil, ähm, weil ich, ähm, ich hab auch gelesen, dass die Originalsprache, ähm, italienisch sein soll. Aber die, ähm, ganz viele Parts im Englischen sind lippensynchron. Echt? Okay. Ja, ja. Aber es ist auch nicht rüber gedappt irgendwie. Ich weiß es nicht. Ich hab leider, ich hab leider in der digitalen Version, die ich gekauft habe, konnte ich nur, ähm, nur zwischen Deutsch und Englisch wählen, dummerweise. Sonst hätte ich mir gern mal die italienische, äh, Spur auch angeschaut. Vielleicht ist, ist da ein Mix drinne. Ich hab aber ehrlich gesagt auch keine, äh, keine Quellen dafür, andere Quellen gefunden. Es steht überall Originalsprache italienisch. Aber, äh, zumindest in der, in den, in den paar Szenen, die ich gesehen habe, scheint die Originalsprache Englisch zu sein. Und sie klingt, also sie ist, sie ist in vielen Fällen auch lippensynchron. Also zum Beispiel auch, es gibt so eine Szene auch mit Klaus Kinski am Anfang, wo, ähm, wo jemand, ähm, wo jemand, ähm, sozusagen im Fenster, ähm, irgendwie irgendwas sagt, ne, aber nur die Lippe bewegt. Im Deutschen ist da drüber synchronisiert. Also da hört man, was gesprochen wird. In der englischen Version aber nicht. Ähm, da macht, bewegt ihr nur den Mund und sagt aber auf jeden Fall was Englisches. Ähm, nicht irgendwie, wie Behind You oder irgend sowas. Ähm, also es ist wild. Und hat das so, sprich, Kinski sich selbst im Englischen? Äh, ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht. Das ist dann nicht. Also haben sie da, also vielleicht bei einigen Figuren dann drüber, also sie haben vielleicht on set Englisch gesprochen, aber Kinski wahrscheinlich mit sehr starkem deutschen Akzent. Ja. Äh, und das dann quasi, damit es dann passt. Deswegen, es war nämlich, es war nämlich in der englischen Version auch Klaus Kinski's Stimme. Ähm, und in der deutschen Version ist es eben nicht Kinski's Stimme. Ja, ja, ja. Das ist schon ein bisschen wild alles. Also sehr interessant, wie sie dann diese so eine Koproduktion zwischen den Ländern, was dann, wer was spricht. Das ist ja manchmal auch so gewesen, dass wir auch bei deutschen Produktionen, ich glaube auch mal, wo ein Bud Spencer mal mitgespielt hat bei irgendeinem Bulli-Film, dass er italienisch eigentlich gesprochen hat am Set, quasi seine Lines so gelernt hat und dann das nochmal drüber synchronisiert wurde. Ja. Ähm, also so funktioniert das dann auch, ja. Aber ja, dieses, wenn man es sich auf Deutsch natürlich, wie es man hier kennt, dann ist natürlich dann Rainer Brandt, der dann das Stichwort ist, der kommt sogar, was ich sehr spannend finde, in den Credits, direkt vor, unter Dialoge. Rainer Brandt, ne, also das ist so ein richtiges Standing. Da merkt man schon, dass er 1975 quasi der synchronen Megastar war, was wahrscheinlich heute nie wieder so passieren würde, ähm, dass jemand so für das Dialogbuch und für seine Sprüche so bekannt ist, weil er natürlich auch dieses Schnollerdeutsch erfunden, oder naja, sagen wir mal, vielleicht nicht erfunden, aber der wichtigste Vertreter sicherlich ist und das in ganz vielen Serien und Filmen dann vorangebracht hat. Ähm, und wenn man das mag, dann kriegt man hiervon auf jeden Fall eine Menge. Auf jeden Fall. Ähm, auch wenn es nicht immer, ähm, wie wir schon besprochen haben, nicht, nicht immer dem Original wirklich entspricht. Ähm, aber es ist noch eine ganz interessante, wirklich, wenn man sich das, glaube ich, dann auch auf Deutsch mit diesem Rainer Brandt-Sprech dazugibt, ne, wirklich dieses, ähm, dein, äh, Kopf ist irgendwie nicht nur ein Hutträger oder so, äh, äh, benutzt mal deinen Hut und der ist, äh, benutzt mal deinen Kopf, der ist nicht nur in Hutträger oder so, das sind so solche, solche Sprüche. Also, welchen Dienstrate hattest du? Äh, äh, Deserteur. Ja, genau so ist, ne? Gibt Gaskeule, so, 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 so Zooticke und das ist auch wirklich, er hat es da geschafft, sich ja einen Stil zu entwickeln, ob man den mag oder nicht, die, viele Leute lieben, lieben das ja, und ich würde auch mal äh, die Frage stellen, ob diese Filme und vor allem, also, es trifft natürlich auf die Bud Spencer-Terence Hill-Filme nochmal mehr zu, aber auch diese Filme, also die Nobody-Filme, ob die so erfolgreich gewesen wären, wenn es nicht diese deutsche Synchro hatte, weil das ist so ein bisschen, so ein bisschen das Phänomen, glaube ich, dass sowas in Deutschland so erfolgreich ist, aber nur deswegen anscheinend, also, und dass sich auch internationale Stars, wie dann Terence Hill, oder Stars, aber internationale Personen wundern, warum sie in Deutschland so eine Fanbase haben, es geht ja der Olsenbande beispielsweise auch so, ähm, hier haben sie so einen ganz kleinen Ort, also, wo es funktioniert, weil da irgendwas anders gemacht worden ist, und ich kenne ein paar Leute, die könnten dir auch, die können dir auch diese ganzen Sprüche aus dem Kopf, äh, Kopf erzählen, so. Ja, das ist ja auch noch, was heute auch noch durch, ab und zu doch mal durchklingt, ich weiß, wir hatten noch damals bei der Cyberpunk-Serie, Mmh, Edge Runners, ne, hieß die, ähm, da hatten wir uns ja auch aufgefallen, wie krass schnodderig die deutsche Synchro ist, also nochmal richtig übertrieben und richtig krass geflucht wird, aber auch so ein, ähm, hingezotet, äh, und so alle, man kann quasi keinen Satz ohne auch einen Gag, reinzubringen, und das noch super selten ist, aber hier eindeutig Rainer Brandt wahrscheinlich die Vorlage war, also der hat noch bis heute, spürt man das nicht nur in den alten Filmen, sondern auch in den aktuellen Produktionen durchaus mal vorhanden, ich weiß auch noch, diese eine Anime, die du auch mal vorgestellt hattest, das, ähm, Monster No. 9, kann das sein? Ist das so? Äh, Kaiju No. 8. Kaiju No. 8, ähm, hat ja auch so eine schnoddrige deutsche Synchro durchaus, also so Anleihen, da könnte ich mir auch vorstellen, dass das sowas war. Echt? Ich hab die deutsche Synchro nicht gesehen, Achso, ich hab tatsächlich mal mit dem Kumpel noch mal reingehört, der hat's mir auch mal gezeigt, ähm, und da ist mir auch aufgefallen, es war zumindest so, aufgefasst, dass es sehr schnodderig war, ähm, aber ich find dann sehr spannend, wie das für einen Amalgan so ein Film ist, wie Nobody ist der Größte, ne, wirklich so, äh, italienisch, französisch, deutsche Produktion, mit aber die größten, die meisten der Kreativen kommen eben aus Italien, die einen Western-Film machen, was so uramerikanisch ist, und dann kommt noch die deutsche Synchro obendrauf, die nochmal was eigenes ist, also du hast ja so viele verschiedene Einflüsse, ähm, dass man das gar nicht genau einordnen kann, aber wahrscheinlich für Kulturhistoriker wahrscheinlich ein Traum, oder ein Albtraum, ähm, das dann irgendwie einzuordnen und wo was sich her inspiriert hat, ähm, und gerade dadurch, dass es dann noch auf sich selber referenziert und eben auch so ein bisschen den Italo-Western so ein bisschen persifliert, ich meine, ich hab glaube ich dafür zu wenig Ahnung vom Italo-Western, um genau zu sagen, wo es genau persifliert, aber es ist dadurch einfach, dass es so ein bisschen Look and Feel von dem Italo-Western hat, aber ein bisschen lustiger ist, ähm, ist es dadurch schon eine Parodie, aber sonst bin ich ein bisschen unsicher, ob es wirklich eine Parodie ist, weil ich fand es jetzt nicht ganz so mega krass unterhaltsam, muss ich sagen, weil ich hab's nicht ganz so gut funktioniert, weil ich auch diesen Slapstick-Humor und den Rainer Brandt-Humor jetzt beides nicht so ganz viel abgewinnen kann, gerade so wie es umgesetzt ist, ist es mir dafür, für den Slapstick gerade, dass dann Terrence Hill sich in irgendwelche Situationen begibt, wo er dann irgendwie in abstruseste Lagen kommt und dann sich irgendwie immer befreit, also irgendwie in Gefangenschaft gerät und dann durch ganz abstruse Manöver irgendwie sich irgendwie befreit. Das ist für mich aber noch, es hätte noch übertriebener sein müssen, damit ich es wirklich lustig finde, so wie es die ersten Flucht der Karibik-Filme zum Beispiel gemacht haben, die haben ja auch einen sehr krassen Slapstick-Stil oder Gore Verbinski als Redesseur hat, einen sehr krassen Slapstick-Humor auch, den in den späteren Filmen, wo er nicht mehr dabei war, das sehr klar ist, das fehlt dann wieder, obwohl die dann halt auch ganz abstruse Stunts sich überlegen, das fehlt mir so ein bisschen dann halt auch bei Nobody ist der Größte und ich habe zumindest auch, die einzelnen Charaktere haben für mich auch nicht so gut miteinander funktioniert, ich meine, ich finde diese Frenemy-Feind-Freundschaft zwischen Nobody und dem Bill durchaus interessant, die ist auch mehr, dass die manchmal zusammenarbeiten, manchmal eher gegeneinander arbeiten, aber so richtig reingezogen hat es mich nicht, weil es trotzdem so Abziehbilder aber auch zu wenig Szenen haben, die wirklich zusammen, wo die auch miteinander sich die Bälle zuspielen können, das ist für mich dann doch sehr einseitig meistens, und auch der Heißplot selber fand ich jetzt auch nicht so spannend, muss ich sagen, weil es dann, es ist nicht so wie ein Heißfilm, dass du so die Puzzlestücke zusammensteckst und dann selber die ganze Zeit drehst, was passiert ist und du weißt immer so ein kleines bisschen, wo die Reise hingeht, es ist dann doch relativ dünn und du bist manchmal einfach nur verwirrt, was genau passiert und manchmal lässt es einfach so geschehen, ein kleines bisschen und also das ist jetzt nicht ein Ocean-Film, vom Aufwand her, des Heißfilms und auch wie viele Setups und Payoffs das Ganze hat und wie viele halt auch gespielt wird, weil das ist der Plan, scheiß, es geht irgendwas schief, wir müssen improvisieren und schaffen das irgendwie, das passiert ein paar Mal im Film, aber auch nicht, wird nicht so richtig ausgespielt, deswegen fand ich es dann doch ein bisschen zäh, über weite Strecken, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ich fand den Film eigentlich ganz unterhaltsam, ich bin aber auch, glaube ich, anfällig für dieses Slapstick-Zeug und ich fände auch die Figur des Terence Hill ganz nett, der weiß ja eigentlich alles, der braucht ja auch keine Improvisation so richtig, er improvisiert zwar scheinbar, aber eigentlich hat er den ganz großen Plan, das ist ja dann sozusagen auch am Ende, kriegt man das ja dann auch mit, dass er eigentlich schon fünf Schritte weiter vorne ist als alle anderen. Deswegen fand ich die Figur eigentlich ganz interessant, wo ich dir zustimmen würde, ist, dass er schon so ein bisschen Szenen aneinander reiht und man könnte hier und da, glaube ich, nochmal ein bisschen raffen, dass er interessanter wird. Wie gesagt, ich habe tatsächlich, also ich verstehe total, dass diese Synchronenarbeit von Rainer Brandt, der übrigens Anfang des Monats gestorben ist, ich verstehe total, dass die ihre Fans hat und die dann, die auch nicht unerheblich ist für den Erfolg. Ich muss sagen, nachdem ich das jetzt gesehen habe, gefällt mir die Originalversion besser, weil die lässt, also erstmal, es ist nicht mein Humor, dieses Zooticke, das ist der Punkt eins, aber das ist ja Geschmacksfrage. Ich finde, sie haben dem Film aber auch nicht gut getan, denn sie machen, es gibt Stellen, wo sie tatsächlich auch sogar Musik an Stellen rausschneiden und dafür irgendeinen Dialog, der so ein bisschen zusammen improvisiert ist oder zusammen improvisiert wirkt, auf mich ersetzen. Dann ganz am Ende diese große Erklärungsarie, wo sozusagen nochmal für das deutsche Publikum und tatsächlich nur für das deutsche Publikum erklärt wird, was jetzt mit dem Geld passiert und so weiter. Das ist eine ganz lange Einstellung eigentlich, wo die Kamera zwischen den drei Personen hin und her schneidet, die sie eigentlich nur angucken. Und es passiert im Englischen nur über die Bilder und du kriegst es mit und im Deutschen haben sie da nochmal irgend so einen Dialog. Ich verstehe, es ist natürlich konsequent, dass du dann, dass du, wenn du sagst, okay, wir wollen jetzt hier den Gag-Feuerwerksfilm machen, dass du das dann auch immer machst, das sehe ich ein und dafür ist es ja auch geliebt, aber ich fand den, ich fand ehrlich gesagt die Originalversion unaufgeregter, besser erzählt. Also das ist ja, Regisseur war ja Damiano Damiani, aber eben auch mit inszeniert, deswegen vertraue ich auch der Wikipedia-Seite da nicht so ganz eigentlich, mit inszeniert von Sergio Leone und das steht eben nicht mit drin, ich verstehe das nicht so ganz. Ich hatte leider aber auch keinen Abspann tatsächlich in der Version, die ich gesehen habe. Da gab es keinen Abspann, ganz wild, ist da nicht mit dran. Ja, Schwarzblende war bei mir auch. Ja, was ist das für eine, ich weiß nicht, was die, ja, für verschiedene Versionen, ich habe auch gelesen, dass es, es scheint irgendwie ein Rip, also nicht ein Rip, sondern es scheint irgendwie eine Digitalisierung, es war schon HD, es gab ja auch eine Blu-Ray-Version, aber es scheint dann irgendwie von den Szenen her eine Mischung aus der DVD-Version, die es mal gab, irgendwie 2005, wo bestimmte Einstellungen gefehlt haben, aber zum Beispiel diese Szene in dem Bordell, die war wieder drin, die gab es eigentlich in der DVD-Version nicht, in der Kino-Version in der Deutschen glaube ich sogar nicht, es gibt, man will es mal eine Schnittliste machen dazu. Ja, es gab ja auch eine Nachsynchronisation, also da gab es auch nochmal dann was Neues, also, und das ganz Wilde ist ja auch, dass der Film auch das Original-Schnittfassung und die Original-Negative vom Film, also die Filmrollen, gestohlen wurden und dann, ja, die, Sergei Leone als Produzent, ja, erpresst wurde, dass er dann, quasi gegen Geld, bekommt er es zurück und Sergei Leone hat gesagt, nö, gibt's nicht, gibt kein Geld und dann haben sie quasi noch mit einer Zweitversion, die sie noch rumliegen hatten, haben sie diesen Film fertiggestellt. Also es kann dann halt auch sein, dass gewisse Szenen halt anders oder halt gar nicht vorkommen, die eigentlich mal gedreht wurden und geplant waren, aber dadurch, dass das Original gestohlen wurde, deswegen ist das ja auch so ein bisschen Flickwerk, deswegen kann wahrscheinlich der Film für gewisse Qualitäten oder Abstriche, kann ja vielleicht auch gar nichts, weil wir hier gar nicht die Ursprungsversion sehen und die vielleicht noch bei irgendeinem Betrüger rumliegt oder der es auch vergessen hat. Wäre auch mal spannend, wenn das irgendwann mal wieder auftaucht. Ich weiß gar nicht, ob dann so eine Filmrolle jetzt noch nach 50 Jahren, wenn die irgendwo in einem Keller liegen würde, gestohlen wird, ob die denn auch lesbar ist. Ich weiß gar nicht so die Haltbarkeit von Filmrollen. Ja, wenn die gut, wenn die gut, eigentlich, wenn die gut behandelt wurde, also wenn die Temperatur, wenn die Temperatur bestimmt hat, nicht zu viel Licht drangekommen ist und so, dann halten die eigentlich ewig. Okay. Also es kommt natürlich auf das Material an, auf dem sie da gedreht haben, das sich chemisch natürlich auch verändert, aber im Normalfall kannst du, wenn du die richtig aufbewahrst, die Negative ganz lange verwenden. Also die haben ja auch die, es gibt ja auch diese riesigen Filmarchive, die jetzt auch immer für diese ganzen 4K-Versionen beispielsweise von Klassikern nochmal rangezogen werden, einfach weil die, weil man dann noch so viel rausholen kann natürlich. Das ist ja auch skalierbar bis Größe X, sag ich mal. Das ist also durchaus möglich und vielleicht, falls ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, der die Original, die Sergio Leone versucht hat zu erpressen, dann ist da vielleicht noch einen kleinen Schatz bei euch und dann kann man diesen Film vielleicht nochmal ganz neu evaluieren. Wäre auch mal ganz, ganz spannend zu sehen, wie dann eigentlich wirklich die Original-Fassung ausgesehen hat. Aber zumindest auch wirklich der Einfluss von Sergio Leone ist natürlich in gewissen Szenen, gerade am Anfang, also die ersten zwei, drei Minuten, diesen ganz, ganz klassisch Leone, der schon mal irgendeinen Film von ihm gesehen hat und das sofort wieder erkennen. Da hätte ich auch gedacht, Mensch, ich würde gerne die ganze Version von nur Leone sehen, weil da hat er natürlich seine ganz typische Bildsprache und seine Art von Spannungsaufbau, wo wir so einen Charakter verfolgen, der sich irgendwie einschließt, der dann bedroht wird, wo es ein Gespräch gibt und dann Hinterhalt auch ganz spannend umgesetzt ist, wo das gar nicht so viel da mit dem Rest des Films was zu tun hat oder das gar nicht mehr so eine große Rolle spielt und das nur so ein bisschen so ein Atmosphäre-Appetizer, glaube ich, ist, dieses Intro. Aber da merkt man auch den qualitativen Unterschied zum Rest des Films, muss man wirklich sagen, weil wenn dann so ein Großmeister wie Leone das macht, hätte ich jetzt auch keinen Bock danach, den Rest des Films zu machen, ehrlich gesagt, dann denke ich mir auch so, ja toll, wie soll ich denn damit mithalten können? Aber es ist trotzdem ganz, ganz spannend, weil das dann hier auch aus der Sicht noch ein Flickwerk ist, weil hier zwei Regisseure miteinander zusammengearbeitet haben, die sehr unterschiedliche Stile haben. Aber ist denn eigentlich die Originalfassung, wenn du die Mergen schaust, was Lukas, ist die dann auch, also weil du ja auch gesagt hast, die hat weniger Humor jetzt als die Deutsche oder diesen gewollten Humor, ist die dann auch wirklich ein bisschen humorloser und spannungsärmer und so ein bisschen dramatischer auch oder mehr Drama als Humor und gar nicht so sehr eine Persiflage? Na doch, ist es schon, weil diese, ich meine, dieser Charakter, Nobody ist ja auch schon so ein bisschen crazy rübergekommen, sein Zeug, was er da von Geiern erzählt und so weiter, das ist schon drin und das kannst du natürlich auch nicht verändern, weil du siehst ja das Spiel von Terence Hill, aber sie ist schon, finde ich, mühernster auf jeden Fall. Also sie ist auf jeden Fall nicht so, nicht jede zweite Zeile eine Punchline, was im Deutschen ja ist. Auf jeden Fall, so. Deswegen, wie gesagt, sie hat mir deutlich besser gefallen oder deutlich, sie hat mir besser gefallen. Ich habe mal so hin und her geswitcht und dann verglichen und dann manchmal auf Englisch geschaut mit deutschen Untertiteln und so, weil die Untertitel sind die deutsche Version. ja, ich habe mir jetzt vor allem auch noch, ich hätte schon gesagt, haben sie auch ein bisschen rausgeschnitten in der deutschen Version, an manchen Stellen, die Musik aufgefallen natürlich. Ennio Morricone steht, glaube ich, wie kein Zweiter für diese Art der Musik. Auch das erkennt man, wo man Sergio Leones Inszenierung erkennt, erkennt man Morricones Musik und die ist, also natürlich, so wie die meisten Sachen von ihm, klingt sie nach ihm und wenn man das liebt, ist es natürlich auch großartig, die auch Sinnbild für Western geworden ist, obwohl es ja eigentlich nicht der Original Western ist, sondern im Prinzip ja die italienische Version von Western ist. Finde ich auch sehr spannend, dieses, also man erkennt an dieser Musik einfach, wenn du die spielen würdest, wo du so sagst, naja, natürlich, das ist ein Western. Ja, krass. Das ist wirklich faszinierend, wie dann wirklich sozusagen das Rip-Off quasi zum Original wurde in dieser Geschichte und auch so dieses Zusammenspiel zwischen der Musik von Morricone mit der Bildsprache von Sergio Leone, wo man diese ganz krassen Nahaufnahmen von den Augen hat, von so Türen, die sich öffnen, bestimmten Bildausschnitten, dann auch der Halbtotalen, dann gewisse Action-Sequenzen oder wie sich das so aufbaut und dann auf einmal explodiert die Action und das ganz, ganz schnell sozusagen so ein Schuss-Duell auch zu Ende sein kann und vorher hat man so einen 5-Minuten-Aufbau davon zusammen mit dieser spannungsgeladenen Musik von Morricone, ist das schon mal so wirklich was komplett sein Eigenes geschaffen, wo dann quasi das zum Western schlechthin wurde, obwohl es ursprünglich eigentlich ja wirklich die Inspiration ja eigentlich aus Amerika kam und man hier die eigene Version irgendwie kreiert hat. Da ist ja Nobody auf jeden Fall auch ein Vertreter davon. Ja, oder, also ich meine, ich meine, das ist schon, das ist ja auch mehr zusammengewachsen, ne, also er hat ja, Sergio Leone beispielsweise, hat ja seine größten, also die zwei glorreiche Halunken oder für eine Handvoll Dollar, das sind ja Italo-Western, die aber natürlich in der Hauptrolle Clint Eastwood haben, mit einer der Western-Stars schlechthin. Oder den Western-Star. Oder den Western-Star schlechthin, der auch heute eigentlich nur noch Western, immer noch Western macht, auch wenn sie nicht mehr so aussehen. Dann, 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 das miteinander zu vermengen, das macht, glaube ich, wie soll ich sagen, das, das Adelt natürlich auf der einen Seite dieses Genre, aber das lässt natürlich auch die Grenzen verschwimmen. Und irgendwann weißt du vielleicht gar nicht mehr, oh, das ist ja gar nicht in Nevada gedreht, sondern in Spanien beispielsweise oder in Italien oder in Rumänien wurden ja auch solche West-Filme oft gedreht, vor allem die aus der DDR natürlich. Dort hat man ja auch Western-Filme gedreht, mit Gojko Mittitsch zum Beispiel. Und ich finde das so spannend, wie dieses eigentlich, dieses ist ja ein amerikanisches Thema. Das ist ja immer, es geht ja eigentlich immer um dieses unerschlossene Land, um die Konflikte, um die Entdeckung, um natürlich die Kriege, die dort ausgebrochen sind, wie das eigentlich von Europa adaptiert, vermischt wurde und auch so erfolgreich ist. Also natürlich in ganz Europa, jetzt weiß ich nicht, jetzt in der ehemaligen DDR ja auch ultra erfolgreich, so erfolgreich, dass man dann sogar eine eigene Filmproduktion darum herum gestrickt hat. Ich frage mich, wo das herkommt in Europa. Warum man sich da, warum man sich so für dieses Narrativ der amerikanischen, es ist ja keine Entdeckung. Es ist ja eigentlich eine... Oder eher Erschließung. Erschließung, es ist natürlich auch eine Vertreibungsgeschichte immer wieder. Die wird natürlich in diesen klassischen Western nicht als Vertreibung dargestellt, oft oder oft nicht dargestellt. Es ist ja jetzt eher so, dass in den Western, die jetzt rauskommen oder in den letzten Jahrzehnten rauskommen, auch in den 90ern natürlich schon rausgekommen, sind die, die diese Vertreibungsgeschichte erzählen und auch sagen wollen, okay, da sind damals Sachen passiert, auf die man nicht unbedingt so stolz sein kann, wie es einem die ersten Western suggerieren wollen mit so einer Hellengeschichte. Aber auch das ist ja eigentlich auch was Amerikanisches. Und es wird aber in Europa nicht nur stark konsumiert, wie jetzt beispielsweise die großen Comic-Verfilmungen, sondern es wird eben auch produziert in Europa. Und man hat da tatsächlich auch eigentlich eine dünne Filmindustrie oder eine dünnere Filmindustrie an vielen Stellen, die teilweise nur große Sachen produzieren kann, wenn sie mit Hollywood zusammenarbeitet. Macht da plötzlich selber eine Handvoll Dollar mit eigenen Produktionen. Das finde ich total spannend. Das ist wirklich spannend. Das ist vielleicht dann auch so ein bisschen, einerseits, einerseits die Macht der USA, weil du denen natürlich das kennst, die großen amerikanischen Westernfilme aus den 40er, 50er Jahren, die du dann eben in den 60er und 70er Jahren dann adaptierst und das auch machen willst, weil du die toll findest, weil die natürlich auch Filme historisch total wichtig sind, weil die viele Standards gesetzt haben und viele Entwicklungen. Und vielleicht auch, wenn man ein bisschen historisch, kulturhistorisch angeht, könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, dass es auch dieses Thema, diese Erschließung, ist natürlich auch ein europäisches. Und bevor quasi die Ur, oder die Urerschließung oder Ur-Einnahme von den USA oder von Amerika ist ja durch Europäer passiert und auch so das ganze relle Kolonisation und so ist natürlich auch ein großes europäisches Thema, dass das auch noch heute halt für viele aus europäischer Sicht eben sehr viele spannende Aspekte hat und dass das so ganz Urthemen sind, so ein relativ unerschlossenes Land. Wem gehört eigentlich was? Wie gehen wir mit dieser, mit dieser Freiheit um, die dieses große, fruchtbare Land, auch teilweise dieses öde Land uns bringt? Wie gehen wir mit dieser Gewalt um? Und natürlich, ich glaube, es wurde auch mal, ich habe irgendwo auch, glaube ich, auch mal den Gedanken gehört, dass an sich Western und Film ist halt auch so, das passt quasi perfekt zusammen, weil das auch so eine, die Sprache des Films passt perfekt zu den Erzählungen, die halt typisch sind für den Western-Film. Na, du hast diesen Helden, diesen, meistens ist ja auch, die erfolgreichsten Western, bekanntesten Western haben eine Nobody auch wirklich, also einen Mann und einen Namen, irgendwie eine Hauptrolle, der irgendwo hinkommt in irgendein einsames Dorf, da gibt es irgendeinen Bösewicht, der terrorisiert das und dann macht der, der Held besiegt den Bösewicht und kehrt zurück. Und dann hast du auch eine wunderbare Heldengeschichte, die so auch diese wunderbaren, äh, Heldenreise hat und das passt perfekt zu einem Western-Film. Also da musst du kaum was verändern. Deswegen gibt es dann Filme auch wie Star Wars, die einfach eine Western- auch Geschichte sind in sich, ne, die dann das einfach nur in den Weltraum transferieren, aber am Ende auch nur ein Western-Film sind. Ja. Deswegen ist es wahrscheinlich auch so eine, ist da so ein perfektes Match und da will jeder was davon abhaben. Und dann sind es sogar Europäer, die ja eigentlich damit gar nichts zu tun haben, unbedingt, aber dann doch wieder ganz, ganz, ganz viel. Aber es ist wirklich eine sehr spannende irgendwie, warum das so, und bis heute halt, es ist jetzt vor wenigen Wochen ist in Deutschland der, äh, erste Teil einer vierteiligen, äh, Western-Reihe von Kevin Costner, äh, Horizon, äh, erschienen, der jetzt das alles selbst finanziert hat, größtenteils. Ähm, das hat eben vier Teile bekommen, jetzt ist der erste Teil, äh, erschienen, was irgendwie auch so ein Herzensprojekt von Kevin Costner ist, der ja auch für, gerade für Western-Filme sehr bekannt ist, ähm, äh, auch so schön, dass es auch bis heute so viele Leute fasziniert, und es auch so wie ein Neon-Western ja auch noch dann in der heutigen Version gibt, ähm, die dann quasi eben hier und jetzt spielen, aber von der, vom dramaturgischen Aufbau, von der Bildsprache her auch total dem Western entlehnt sind. Und Tarantino macht eigentlich sein Leben lang nur Western-Filme, auch wenn sie nicht unbedingt immer im Western-Setting spielen, aber alle seine Filme sind eigentlich Western-Filme. Also, schon auch sehr fasziniert, ne, was das, wie dieses Genre, das ja auch immer wieder für tot erklärt wird, dann doch so omnipräsent ist. Ja, dann ist es, dann gibt es immer wieder den einen letzten Western, ne, das hat man ja auch, das hat man über, äh, na, wie hießen der, ähm, hat man über Unforgiven schon gesagt in den 90ern, war das Unforgiven? Ich glaube ja, ne, Clint Eastwood? Ja. Ähm, wo man gesagt hat, oh, da ist das Genre jetzt am Ende, das ist alles auserzählt und dann kommt eben, eben doch was. Leonardo DiCaprio hat seinen, seinen ersten einzigen Oscar für, äh, für einen Western bekommen. Wenn man das auch als, aber ich würde sagen, es ist eigentlich ein Western. Ich würde auch sagen, es ist ein Western. Revenant wird auch mal drüber geschritten, ob das wirklich an ist, aber es folgt auch sehr vielen Tropen des Westerns und auch von der Zeit her passt das ganz gut. Vielleicht dann ein Früh, ein Früh-Western. Ein Früh-Mittelspät-Western. Ein Früh-Mittelspät-Western. Ja. Ähm, ja, deswegen also, wie gesagt, Nobody ist der Größte, fand ich das als Film selber jetzt nicht so spannend. Vielleicht als, als, äh, Gedankensprung, um mal über Italo-Western nachzudenken. Ähm, das vielleicht auf jeden Fall und vielleicht, wenn ihr euch den anguckt, dann auf jeden Fall vielleicht dann in der Original-Version, wenn ihr mit Rainer Brandt und seinem Humor nicht so viel anfangen könnt. Ähm, ansonsten, dann guckt euch sehr gerne die anderen Leone, wirklich von Leone, komplett Leone, Western-Filme an, wenn ihr da was anfangen könnt. Die sind aus gutem Grund legendär. Es sind tatsächlich, ähm, meistens so großartig, wie sie gehandelt werden, wenn man damit etwas anfangen kann. Ähm, sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben, weil da ist dann noch mal, noch mal eine ganz andere Qualität, wenn man sich jetzt, äh, Handvoll Dollar oder Spiel, Spiel mir das Lied vom Tod natürlich als berühmtesten oder mitberühmtesten. Ist, glaube ich, schwierig da den einen zu nennen, aber den man wahrscheinlich am ehesten vom Namen her kennt. Ähm, ja. Hast du noch sonst was, Lukas? Nö, nö, nö. Haben wir mal über einen Film geredet, den wir spontan entschieden haben und, äh, auch grundlos, ja auch manchmal ganz nett, ne? Ja. Okay, dann, äh, hören wir uns nächste Woche wieder und, äh, diesmal, ich weiß noch gar nicht, wir haben, steht noch gar nicht fest, oder? Wir haben noch nichts ausgedrückt. Noch nicht, aber ich habe eine Idee. Okay, sehr gut. Na dann, äh, bis dahin. Seid gespannt, was da kommt und macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.